Dies hier ist keine Anzeige für das nächste Attentat in der Schule um die Ecke, sondern das Zubehör für ein Spiel, in dem man mit farbgefüllten Plastikkugeln aus Gewehren aufeinander schießt. Und Paintball heißt diese Anführung Sportart Abführung und ist gerade in einer Diskussion. Ich sage Ihnen, ich habe Ärger in meinem Büro, weil außer mir alle das irgendwie gar nicht so schlimm finden. Ich finde es irgendwie merkwürdig. Ich weiß nicht, was die große Freude daran sein soll, sich mit Farbkugeln in irgendwelchen Tarn- oder Schutzanzügen abzuballern und das noch in solchen Balleranlagen, aber eins kann ich Ihnen sagen, ich will es auch nicht verbieten. Es mag sein, dass manche Leute daran Spaß haben. Es gibt ein Gutachten, gutachterliche Stellungnahme zur Gewaltaffinität der Mitglieder der Gotcha- und Paintball-Szene. Gefährlich soll das alles nicht sein, aber liebe Eltern, wenn ihr das hier seht, redet mal mit euren Kindern, ob es wirklich gut ist.